hallo liebe youtuber herzlich willkommen in meinem video zum thema artischocken strauß ein weiß grüner strauß mit artischocke und ich habe was ganz tolles mitgebracht artischocken gibt es also nicht nur in der küche zum essen artischocken gibt es auch im großhandel und die haben also richtig die haben richtig gewicht richtig tolle stile und ich habe einfach mal ein paar mitgebracht dass man auch sieht dass die ganz verschieden aussehen können artischocken gibt es auch blühend die haben dann so eine lila blühende mitte und das ist jetzt eine die so ein bisschen kleiner dann habe ich hier natürlich eine artischocke die ist wahnsinnig groß und wenn ich die auf die waage legen wird dann wird man auch mal die ist richtig schwer also die hat echt gewicht und die ist so gigantisch also der da muss man auch einen richtig großen strauß machen und dass die hat ein bisschen öffnung hier das heißt ich habe einfach mal die mittlere variante gewählt der stiel ist auch gigantisch und wenn man den stiel abschneidet dann macht richtig krach auf dem boden und die mittlere davon die wollte ich jetzt mal in den strauß finden und ich finde es sehr sehr stimmig wenn man artischocken in einen strauß bindet wenn man einen weiß grünen artischocken strauß bindet ich habe eine wunderschöne rose mitgebracht sie sieht eigentlich fast aus wie eine ranunkel von den ranunkeln die heißen immer kloni ranunkel da kennt man eigentlich diese mitte vor allem die mit diesen kleinen fruchtständen aber es sind rosen eindeutig ja auch wenn der schein trügt ist aber eine seltene rosensorte ich kenne auch nicht den namen weil wir haben so viele rosen und es gibt immer immer verschiedene dass dass ich auch nicht alle sortennamen kenne ich kenne viele aber nicht alle und damit wir ein wunderschönes arrangement in weiß grün im strauß finden können oder ich euch zeigen kann habe ich ganz tolle blüten mitgebracht ich lege die jetzt gleich mal auseinander und zeig die euch das natürlich hier diese diese schöne diese schöne rose in diesem weiß grün die ist also auch so schon zu der artischocke rechten knaller dann habe ich mitgebracht weiße bartnelken wie alle melken sorten haben die also oft im stil hier diese verdickungen wenn man die abschneidet nie im knoten schneiden weil dann bekommen die nicht so gut wasser und beim putzen immer schön vorsichtig weil die brechen ganz gern in den knoten vor allem im winter werden sind die ein bisschen brüchiger als im sommer und man sieht auch was für ein unterschied ist das ist jetzt die gleiche der gleiche einkauf dieser kleine stil und die andere die hat so einen richtig dicken knackigen stil also auch die blüten sind alle immer immer völlig verschieden das ist normal dann habe ich mitgebracht alchemilla auch frauenmantel ist auch eine heilpflanze und soll auch bei frauenleiden helfen gibt es also auch in der floristik und so sorry die e-mails kommen natürlich auch immer rein es kommen immer wieder aufträge auch am feiertag dann habe ich mitgebracht ist auch eine melken sorte eine grüne bartnelke und da mache ich auch viele blätter ab und die hat diesen diesen schönen buschigen blüte viele fragen ist es eine blüte ja es ist eine blüte ist es eine melken art und viele sagen auch ich mag keine melken aber die finde ich dann toll also es ist immer doch immer sehr unterhaltsam dann habe ich noch eine melken art mitgebracht also heute sind wir tatsächlich immer wunderschöne melken das ist eine hellgrüne melke und bei melken darf man das auch machen dass man die so ein bisschen auseinanderfingerte das darf man bei rosen zum beispiel soll man die nicht von oben anfassen aber bei melken darf man das weil wenn ich die hole aus dem großhandel und die sind so ganz knospig dann sehe ich dann im strauß noch nicht so viel und ich kann melken auch vorsichtig öffnen und schon sehe ich mehr von der blüte im strauß es würde die natürlich von selber würde die sich auch öffnen aber das dauert ein bisschen länger und damit ich ein schöneres und ein viel zum anschauen viel hübscheres wenn ich das arrangement habe öffne ich die melke einfach so ein bisschen und melken sind ja auch so so dankbar und so robust die deswegen nimmt man die sogar noch auf dem friedhof und deswegen erinnern sich viele daran die frieren sogar ein und tauchen wieder auf melken sind einfach phänomenal aber es gibt wunderschöne sorten und es ist immer noch die zeit der pfingstrosen das heißt ich habe hier eine sehr schöne weiße gefüllte pfingstrose dabei dass bei einer pfingstrose auch mal ein fleckchen hier an den äußeren blätter ist es normal weil die sind draußen gewachsen es regnet und es ist einfach natur und da darf man sich ein paar kleinen fleckchen nicht stören das ist das ist draußen gezüchtet und gezogen und da gab es eben auch mal regen und einflüsse aus der natur das gibt es auch bei rosen und die dann wird man blättchen abgezupft und schon ist die blüte schön das ist also gar kein problem ich wollte dem strauß eine schöne mitte geben und habe so ein bisschen gestrüpp gesucht und deckt ganz gern auch die mitte mal mit einem moos ab nehmen dann einen draht da können wir auch wieder einen neuner draht den habe ich im letzten video auch gezeigt zum gerbera antraten genau jetzt suche ich selber ich habe nur einen sehr sehr langen den werde ich jetzt auch halbieren weil meiner ist zu lang ich mache in die video beschreibung nochmal einen link für den draht rein drehte sind immer toll um um glüten zu fixieren um kleine bündel zu machen von verschiedenen früchten jetzt kommt ja wieder die zeit der früchte ich habe ich habe schon wieder unreifes obst gesehen und ich muss sagen da werde ich ja immer da werde ich ja schon immer fast unruhig weil ich das so schön finde und das sind natürlich auch wieder so elemente die ich total gerne in die sträuße binde und deswegen es kommt jetzt so wieder eine serie der sommersträuße und da brauchen wir natürlich immer drähte um früchte um irgendwelche zweige und irgendwelche schönen sachen zu fixieren im strauß sind drähte absolut notwendig also sowas muss man zu hause haben ich mache dir auf jeden fall noch ein bestell link für drähte in die video beschreibung damit du damit du auch weißt welchen du bestellen musst ich habe einen schönen einen schönen buschigen efeu wichtig ist immer dass der oben so schön buschig ist weil wir brauchen ja das grün um im strauß die blüten zu fächern und wenn der wenn der efeu so entlang vom stiel wächst dann ist der leider für das straußbinden nicht so nicht so tauglich wie dieser dieses wunderschöne buschige grün und ich fange jetzt mal an mit der königin von dem strauß mit der artischocke die ist natürlich die ein highlight in der mitte nehm auch hier nehmen auch hier so ein bisschen was nach dieses natürliche geäst legt es einfach an die artischocke dran und macht den draht von diesem geäst den wickele ich um die artischocke drumherum und kann mit dem efeu schon mal anfangen hier sehr schön zu fächern und die artischocke da muss man immer so ein bisschen aufpassen dass die im strauß nicht zu tief kommt die würde ich immer so ein bisschen höher setzen als das andere grün das sieht dann sehr sehr hübsch aus wenn das grün hier zu hoch steht einfach mal ein bisschen was abschneiden man darf sich nicht scheuen das grün in form zu schneiden und da auch ein bisschen was zu kürzen und jetzt im grunde genommen arrangiere ich jetzt die die blüten um die artischocke darum herum immer jeden stil wie in jedem video ich zeige es immer wieder ich erzähle es auch immer wieder die blüten müssen immer die stile immer in die gleiche richtung gebunden werden wenn du blüten anlegst tust du ja natürlich leichter wenn du ein wenn du die blüte anlegst und du legst dann einen halben grün dagegen dann ist wunderschön die eiche miller aber damit ich nicht grün in der bindestelle habe muss ich auch hier den stil ups hat beinahe abgestürzt muss ich den stil auch ein bisschen putzen man sieht hier schon dass die eiche miller so schön fächert und auch eine schöne größe im strauß macht aber ich möchte ja rundum blüten haben ich habe jetzt hier nur den efeu benutzt im strauß und es gibt natürlich viele 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 tolle grünsorten im strauß und ich wollte eigentlich auch mal was zum thema grün sagen weil wir schauen immer nur die blüten an ja die artischocken die pfingst großen aber das grün macht so so viel stimmung im strauß und grün ist grün ist sehr sehr wertvoll ich habe kürzlich hat jemand geschrieben hat nur über den blumigen warenwert von einem strauß geschrieben aber der warenwert von einem strauß der kommt nicht nur von von den blumen der kommt auch von den grünsorten und grünsorten das wollte ich das ist mir einfach so auch so durch den kopf gegangen grünsorten fangen an auch bei tollen blättern ja es gibt hier diese diese wunderschönen aspedistra blätter die gibt es in kurz in lang wir haben im letzten video den perücken strauch gehabt wir haben hier einen sehr sehr schönen eukalyptus für einen buschigen der eukalyptus ist auch ein edles ein teures grün das ist wieder ein anderer eukalyptus also der heißt baby blue der hat diese geringelten die blätter und hier zum beispiel ein ruskus ich kriege das natürlich eigentlich als der ist sehr schön für lange sträuße dann gibt es auch für lange sträuße ein sehr schönes gras das nennt sich bärgras dieses gras hier das können wir um die sträuße drum herum legen wir benutzen getreide das ist eine kleine vorschau auf andere videos die noch kommen wir haben den efeu den benutze ich jetzt hier in dem strauß weil der auch sehr schön ausgereift ist auch hier brauche ich immer efeu der genügend dunkelgrün ist weil wenn der so ganz hellgrün ist dann schlappen die spitzen es gibt die pistazie dann gibt es noch heidelbeere heidelbeere ist jetzt langsam zu ende und es ist tatsächlich so ich weiß nicht ob man es hier auch sieht dass die kleinen heidelbeeren hier ist an meinem zeigefinger eine dass wirklich die kleinen heidelbeeren an dem grün sind das auch ein sehr sehr schönes grün zum binden wir haben für den rand die schönen aralienblätter die es auch als zimmer aralie als als topf pflanze im zimmer gibt das sind die größeren aralienblätter dann gibt es auch kleinere aralienblätter ja also gibt alles in groß in klein hier ist noch auch um am rand ein schönes grün zu binden es gibt bergenienblätter ja dann haben wir natürlich auch für kleine sträußchen galaxblätter galax gibt es in grün und in braun das sind galaxblätter die werden sehr gern für brautsträuße verwendet hier haben wir jetzt auch ein sehr schönes füllgrün das ist ein portugiesischer lorbeer wir haben kirschlorbeer den wir um die sträuße drumherum binden also man sieht das ist das ist eine sehr sehr große variation an grün die man so verwenden kann und die auch wunder wunderschön in sträußen ist und es macht sich in der optik der sträuße so bemerkbar wenn man schöne grünsorten verwendet und grünsorten sind ein richtiges investment und und das muss ich einfach mal so erklären und betonen weil viele denken grün grün hätte nicht so viel wert nein genau das gegenteil grün ist total wertvoll und je schöner die grünsorten sind die man als florist kauft desto schöner sind natürlich auch die sträuße und dass diese ja diese info die die kommt dann doch manchmal zu kurz aber der kunde guckt das gesamtarrangement an und sagt der strauß gefällt ihm gut und man sieht ja wir verwenden auch hier ein bisschen gestrüpp dann gibt es auch ein tolles moos also es macht sehr sehr viel stimmung ja das mal so als kleiner ausflug was eigentlich auch so um die sträuße herum was man was man als florist immer so kauft und was und was wir investieren und was eigentlich die kunden gar nicht so sehen aber ich freue mich natürlich wenn die kunden sagen der strauß ist schön und der gefällt ihnen das ist natürlich super das ist unser größtes ziel warum sie den schön finden das können wir nicht immer nicht so definieren wie wir aber das ich muss natürlich auch mal erzählen was so dahinter steckt das ist so ja floristik für insider sozusagen wir haben also jetzt hier schon einen sehr sehr üppigen strauß und ich denke der hat auch in seinem mit seinem edlen artischocken ich wollte ich wollte den frauen man sie nicht so verstecken mit seinen edlen artischocken müssen wir von gewissen gewissen gewicht befreien hier achtung das musste jetzt sein ja dann wollte ich den strauß auch einen schönen rand ein sehr edles rand grün bescheren indem ich diese diese aralien blätter indem ich einmal einen adäquaten abschluss gestalte ich suche ein bisschen in den grünen weil es gibt auch hier größere und kleinere aralien und suche natürlich die aralien die jetzt passend für mich sind von der größe her und die aralien stütze ich noch mit kirschlorbeeren damit die auch nach ein paar tagen noch genauso an ihrer stelle im strauß bleiben wie sie wie sie jetzt noch sind weil das kann manchmal sein dass die sonst zu weich sind und bis nach unten gehen aber das soll ja so bleiben und der strauß soll so schön stehen bleiben in dieser form beim kunden dass der dann ganz lange freude dran hat und da zweifle ich auch nicht dran weil die ganzen melken sorten die halten so schön die artischocke hält ganz toll die rose ist super knackig also ich glaube besser kann es eigentlich nicht sein was man für einen strauß verwendet und ich bin ja auch immer sehr kritisch mit der auswahl an blüten die ich so für die sträuße auswähle oder was ich einkaufe und da kaufe ich natürlich sehr gern sowohl grünsorten als auch blütensorten die eine tolle haltbarkeit haben das ist natürlich auch die erfahrungswerte die da auch rein fließen jetzt habe ich diesen strauß sehr schön mit grün rundherum abgedeckt alle blüten sind dabei dann schneide ich ihn auch wieder auf eine länge mit meinem guten werkzeug weil es kann natürlich auch mal sein dass das von dem efeu auch mal so ein dickerer stiel drin ist ja der auch den muss ich auch ein bisschen drücken aber es geht so und auch den muss man natürlich mit einer scharfen schere schneiden die auf jeden fall sehr empfehlenswert bei floristik 24 bekommst du super werkzeug da gibt es sowohl die floristenmesser mit denen ich jetzt auch die stiele anschneide die die nelkenstiele die die rosenstiele die bekommt alles noch einen schrägen anschnitt und mit der mit der gartenschere kann natürlich das dickere grün immer sehr sehr gut abschneiden dann muss das ganze auch fest gebunden werden weil der strauß hat jetzt richtig schön gewicht und der soll auch in dieser form in diesem format bleiben und ich habe den bast zweimal um den strauß drum herum gewickelt und jetzt mache ich einen schönen festen knoten wenn man ein problem hat dass der strauß fest wird oder wenn man den nicht fest genug gebunden hat dann kann man auch ganz zweites mal noch mal binden beziehungsweise wenn du noch nicht so finger fertig bist ein strauß in einem zu ja von der hand her zu binden dann kannst du auch die blumen arrangieren dann binden und dann nochmal das rand grün machen und dann nochmal binden zweites mal also man kann auch noch ein zweites mal binden und das erleichtert einem die arbeit vor allem wenn man das noch nicht so oft gemacht hat dann ist das natürlich eine schöne erleichterung wie man da auf jeden fall damit sich schaffen kann und so machen wir das auch bei großen sträußen und das ist absolut hilfreich ja ich hoffe wie immer dass dir mein artischocken video gefallen hat ich muss gerade noch mal die größte dazu halten und dass dir dieses dieser weißgrüne traum auch gefällt ich freue mich über kommentare und meinungen und freue mich auch immer über anregungen einfach alles reinschreiben in die kommentare likes empfiehlt mich weiter bleibt dran und bis zum nächsten video schöne tage alles gute viel spaß beim ausprobieren von deiner margit tschüss tschüss